So, liebe Minecraft-User, jetzt sehen wir den nächsten Teil. Wir mussten eben leider cutten, weil es ist was passiert, was eigentlich hätte nicht passieren dürfen. Wir haben da hinten einen Knopf abgeschlagen, obwohl das gar nicht möglich ist. Diesen hier, den musste ich ganz neu setzen, weil sonst hätten wir gar nicht mehr weiterspielen können. Und ich denke, ihr werdet damit wirklich zufrieden ein. So, Angelina, ich würde sagen, ich gehe jetzt rein. Moment, das ist der Timer, jetzt geht es weiter, genau. Ich gehe jetzt rein und du, warte. Was hast du denn? So, dann drück mal. Okay, jetzt geht es los. Drück nochmal. Boah, ich habe keine Rüstung, ey, das merkt man auf der Stelle. Auf der Stelle, dass ich keine habe. So, ich muss direkt wieder rein und rein die Flotte. So, drück, Mausi. Drück. Einmal, zackig. Boah, noch nicht, noch nicht. Achso. Äh, drück nochmal. Okay, drück nochmal. Oh Gott, ich... Okay. Hast du... Hast du... Okay, äh... Ja, genau, drück nochmal. Oh Gott, ich bin fast oben. Nochmal. Ja! So, ich komme. Nochmal drücken. Uhu. Danke. Nochmal. Nochmal. Ja! Es geht rund. Hast du da hinten alle Besucher weggemacht? So. Was habe ich denn hier? Oh! Soll ich dir was mitbringen? Ja. Das ist, äh... Ja. Ach du... Ja, ich bring, ich bring dir, ich bring dir was mit. Warte mal eben. Äh, 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 äh... Eine, eine feuerfeste Rüstung. Eine feuerfeste. Ah! Kommt jetzt etwa dieser Part? Wo wir schwimmen müssen? Wahrscheinlich. Also. Okay, ich bring es dir mit. Okay, äh... Trank der Feuerresistenz. Dürfen wir nicht vergessen. Acht Minuten. Okay, jeder zwei Dinger. Das müsste reichen. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, mach bitte die Tür auf. Hallo. Bitte aufmachen. Aber ich frag... Ich frag mich aber immer noch, äh, wie... Wie das eben passieren sein konnte. Oh, 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 oh. So, ähm... Wo bist du? Hier. Angie, wo bist du? Äh... Hier, komm her. Einmal hier, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, und einmal da. Hast du? Okay, jetzt kommt der Endfinale. Das Endfinale. So, trink deine Plöre. Plöre machst du Feuerresistenz? Äh. Lass mir doch auch mal Zeit, Mensch. Habe ich jetzt Feuerresistenz oder nicht? Oh, mit meinem Trinken hat er mich... Leute, ey. Na gut. Okay, ich hab Feuerresistenz. So. Komm mit mir. Bist du bei mir? Uh-huh. Wir müssen jetzt hier durch, durchschwimmen. Und springen in die Lava. Oh, ist das warm. Ist das warm. Angie, du blubberst. Du blubberst. Du blubberst. Äh, ja, äh, da hoch, ja, genau. Du blubberst hier richtig. Äh, wo bist du? So, wo bist du? Wasser zum Löschen. Super. Oh, du glühst voll, ey. Okay, ähm. Okay. Unlock die Waffen. Okay, äh. Die Waffenkammer hat er geöffnet. Ich glaube, das war's. Jetzt müssen wir wieder runtergehen, ne? Oh, ein Riesenaufwand für ein Knöpflein, ey. Hammer, Hammer, Hammer. Hoffentlich war es das wirklich. So. Oh, 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 oh. Okay. Oh Gott, ich hab nur noch zwei Herzchen. Und irgendwie kann man hier... Ich glaube, das war's für mich. Ich bin gestorben. Gedenke meiner. Bist du noch am Leben? Ja. Das ist eigentlich fast die einfachste Lösung, du. Warte mal eben. Zack, zack, zack und zack. Boah. Die sind aber heute aggressiv. Die sind böse. Die sind einfach böse. Und sehr schnell. Die sind richtig böse. Und wir müssen den Kernreaktor, der schmilzt langsam vor sich hin. Wir müssen den löschen, Maus. Wo bist du denn überhaupt? Wo bist du denn überhaupt? Hier. Oh, hier. Hinterradier. Oh, die spawnen sich ja voll. Was haben wir denn da für eine Waffe drin? Hä? Okay. Nimmst du auch, Angie? Ja. Boah. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, hier... Ach, was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen doch hier irgendwas abschießen, ne? Ja. Da oben, ja, auch wie sowas, ne? So, so, so. Ah ja, da oben, die TNT-Teile an den Tentakeln. Oh, ich... Hast du schon eins geschafft? Nein. Eins hab ich? Ja. Ach so, dann warst du das. Ich dachte, ich wär mal gut. Nein, du hast auch eins, ja. Okay. Oh, oh. Hält noch eins. Oh. Jetzt ist auch... Und jetzt müsste eigentlich jetzt alles... Äh... Jetzt müsste es böse werden. Wow. Okay. Ach so, wir sollten jetzt ein bisschen Stimmung ranbringen. Ein bisschen... Rufen, okay. Wo bist du? Wo bist du? Okay. Einmal drücken. Okay, und jetzt müssen wir raus. Komm raus, äh, da. Äh, ja, genau. Ne, müssen wir nochmal, oder? Geht die Tür auf? Oder müssen wir nochmal drücken? Ich weiß es nicht. Okay, äh... Disarming... Äh, nochmal drücken? Nein. Oh, Mann, jetzt raus. Oh, Mann, jetzt raus. Okay. Okay. Blue Heater wurde durch Magie getötet. Wir wurden beide getötet. Okay. Ja, aber wir haben es nicht das geschafft. Oh, ich habe ja gehört, es gibt ja mehrere Enden, ne? Es gibt ja eins. Ich habe gekommen, hatte auch mal so ein Ende. Sollen wir noch mal zu Lobby? Äh, was gab es in... Weiß ich, so wird ja, komm, lass uns mal zum Lobby. Äh, wollen wir mal ausprobieren? Äh, wo kommt Anne Lobby, da kommen wir... Äh, mal. Äh, Lobby, 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 äh... Ja. Äh... Ich nicht. Okay, gut. Äh, ja. Gut. Das wäre es eigentlich gewesen für das Spiel, ne? Ach, wir haben das Ende 3 erwischt. Äh, ja. Okay. Es gibt mehrere Enden. Äh, zum Beispiel das ist, was wir jetzt gemacht haben. Das heißt im Prinzip, wir haben es nicht geschafft. Dann gibt es das Ende, wo man rausgeht und da steht ein Hubschrauber. Und das andere Ende... Puh, was war denn das andere Ende? Du siehst aber komisch aus in der Mütze. Du hast ja richtige Augenringe, ey. Mensch, das macht mir Angst, ey. Ja, gut, dann bedanken wir uns für alle beim Zuschauen und... Ach, da sind deine wunderschönen Augen. Und wünschen euch, ja, alles Gute und es war nett, dass ihr dabei wart, ne? So, Angie, wollen wir noch ein schönes Bildchen zusammen machen? Angie, komm zu mir. Komm zu mir. So, dann ziehe ich mal eben noch meine Mütze aus. Ja, du brennst so, dann... So, dann sagen wir tschüss, okay? Tschüss. Tschüss. Müsst du, dass du noch irgendwas den Jusern sagen? Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Juhu, tschüss. Tschüss.